Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Knusperland. Der ist ein bisschen wenig und da ist ein Skelett. Der ist ein bisschen wenig. Also übrigens sehr lecker was ich hier habe. Wie heißt das? Türkisch Pfeffer oder sowas? Ausgezeichnet. So, jetzt habe ich hier ganz viel Holz. Das brauche ich aber gerade nicht. Es sei denn, wir wollen uns noch eine Box bauen. Wollen wir uns noch eine Box bauen oder was wollen wir machen? Was brauche ich denn für eine Box? Wir brauchen für eine Box Medium Quality Metal wahrscheinlich. Also sprich mit anderen Worten, das was wir nicht haben. Ich krafte mir mal ein bisschen was an der Schmiede. Wir können ja jetzt hochstufen quasi. Ach, guck mal. Aus drei Low Qualities bekommt man ein Medium Quality. Das ist vom Verhältnis her natürlich sehr ausgewogen auch. Small Push, Strong Seneff, Torn Rucksack. Da geht auch nicht viel rein. Pine Strong Box. Äh, wir brauchen tatsächlich keins. Was mich jetzt ein bisschen wundert, aber gut. Einmal Strong Seneff und dann nochmal die Medium Qualities rausgenommen. Fünf Stück, wir müssen auf jeden Fall, also einer von euch kann gleich, 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 wirklich mal auf Metall Tour gehen. Weil brauchen wir, ganz dringend. Ah, super, schmeiß ruhig alles hier hin. Dankeschön. Du hast keinen Platz mehr in deinen Kisten. Ja, das weiß ich selber, deswegen baue ich eine neue. Boah, was, was, was können wir denn jetzt mit den, ach ja, diese Resurrection-Dinger können wir überall mal hinstellen, ne? Ähm, Babb. Babb, 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 Babb. Babb, 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 genau. Coming soon. Gold River, Primitiv-Flint Arrow, 1, 5. Longbow. Wie kann man die Drohnen platzieren? Hast du eine gebaut? Nein, hier lag einer auf dem Boden rum. Ach schon? Ja. Ähm, ja, die ziehst du einfach aus deinem Inventar raus. im prinzip du hast sie aufgehoben die habe ich hier hingestellt gehabt na gut dann steht sie ist halt da wollen wir jetzt fünf human bones her der drei habe ich mitgebracht da habe ich eine kiste hier dran bitte oder wer ist daran irgendein als an der kiste ich nicht ja super jetzt komme ich nicht an meine kisten dran ist ja ganz toll was machen wir jetzt mit den ganzen toten schädeln verbauen kaputt machen verbauen wo ist denn das ding eigentlich da drei human skills brauchen wir dafür das ist super da geht dann einiges drauf stellen wir einfach mal überall so hin mich hat es gerade rausgeschmissen ich bin da ich glaube ich baue hier ist mal ein paar stück davon hin einfach damit diese blöden köpfe mein ich willkommen hier unglaublich außerdem sehen die schön aus so hier ein bisschen da und da so ein ich komme noch nicht an die kiste dran was ist das denn für ein quark so da hat es noch holz stickies kommen wir mal da drauf packen das ist aber es ist so super dass man die einfach so hoch stecken kann wir hatten mal mehr fleisch hier drin wir waren da dran ich habe noch zwei in der tasche ich war da nicht dran ich hab da nichts rausgenommen ob ich dir das so glauben soll ich habe nur das wort wir frisch gesammelt haben genommen in der regel kommt man damit ja sehr weit so ich glaube ich brauche direkt noch mal so einen rucksack ja jetzt komme ich nicht an die kiste dran die ich brauche das ist toll jo diesmal habe ich den falschen charakter ausgewählt auch gut ja dann kommst du gleich einfach noch mal neu rein würde ich sagen nicht bei dem bei dem vier steine fünf steine 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 die ist so ich packen wo packen das zeug hin ich muss an die kiste dran ich komme nicht an die kiste das ist gerade schlecht das maximal kacke ich komme jetzt an die kleine kiste dran aber die ist leer ja die ganz vorne die ist leer das ist richtig furl ein backpack äh dinge okay drei kohlen ähm strong sinne brauche ich vier stück habe ich eins ist da noch irgendwo sind da noch irgendwo sehnen drin oder so einen spaß neuer versuch holz zu sammeln diesmal hoffentlich ohne wölfe das wäre mal gut ne ähm okay für high quality mittelohr braucht man kohle das macht sinn ähm ein medium quality mittelohr das habe ich doch vorhin schon gebaut gehabt wo ist es denn wo emi bist du gerade in der kiste hier drin mit den metallen nein äh ich kann jetzt an fast keine kiste mehr dran was soll denn der mist bitteschön gibst du mir mal bitte das medium raus also ich komme an die kiste mit den flints auch jetzt kann ich eben konnte ich aber auch nicht was brauchst du medium ja ich glaube ich sollte dann vielleicht gleich mal den server neu aufsetzen geht nicht wie geht nicht doch kann warte muss ein bisschen tricksen ich kann das nicht rauswerfen okay warum auch immer ja warum auch immer hast du es ja ich habe den rucksack schon gebastelt so und dann schmeiße ich jetzt den tethered back weg die kannst du erstmal haben so übergangsweise dann hast du übrigens auch ein bisschen mehr Platz in der tasche war sehr nett mhm so bin ich liegt unter der schmiede ich glaube hier mache ich eine kiste wo einfach wirklich nur werkzeug drin ist wenn ich erstmal wirklich an alles drankomme was ich natürlich nicht tue was natürlich ein bisschen scheiße ist ach jetzt komme ich auf einmal wieder an die mhm ach so habt ihr nicht auch noch überall werkzeug und sowas alles in der kiste okay ich habe komplett alles im inventar und da ist schon wieder ein skelett auf dem weg ja kannst du ruhig mitbringen aber lass die schädel obwohl jetzt haben wir ja gerade ein bisschen Platz ich komme nicht an die wichtigste kiste dran das ist so mistig so achst 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 und Pfeile so zwei Schädeldinger verbaue ich dann nochmal eben schnell hier an diesem Ding ach hast du schon fertig gebaut wer sagt das doch die habe ich noch nicht brauche noch zweimal hab ich gerade eben oder du so was haben wir denn jetzt hier so an schönen Anziehsachen die wir uns mal gehauen können wer ist eigentlich mit einem hammerlosen Natmitteil besorgt hm keiner ne hm Wolfskin Helmet den haben sie angepasst glaube ich den Wolfskin Helmet der sah das war vorher tatsächlich ein Wolf glaube ich was wollte ich mir denn bauen ach guck mal hier übrigens ne die Sabatons Sabatons ja ja Executioner Sabatons die wollte ich glaube ich haben ähm zweimal 18 Kohle ja wir brauchen sehr viel Material ich glaube ich nehme auch mal den Hammer mit und gehe auch mal ein bisschen picken ach jetzt komme ich an die Kiste auch schon nicht mehr dran da bin ich gerade dran jetzt müllte ich mir die Kiste auch noch voll langsam werde ich hier aber ein bisschen ärgerlich ich sagte doch das soll eine reine Werkzeugkiste werden wirst du etwa zum Fuchs wirst du fuchsig ja ich werde fuchsig weil mir ständig irgendwelche Schnäpfen irgendwelche Sachen in die Kisten stopfen da musst du halt mit was anderes spielen als mit Schnäpfen ah man so kiste wieder ran voll mit äh Dingen ich höre irgendwo jemanden picken ja mich und mich ach jetzt sind wir alle hier oder was das ist super aber ja gut macht ja nix wenn drei Leute das Zeug sammeln dann geht es halt schneller als wenn das nur einer macht wie es halt sonst immer üblich war nom 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 ich gebe mal ein bisschen was weg ne ich suche mir was größeres ein größeres Steinchen ja die ich wie wir schon festgestellt hatten die Sachen die weiter innenliegend sind inlands die äh geben scheinbar teilweise bessere Sachen was natürlich jetzt mit dem hochschmelzen jetzt nicht mehr so das Problem ist hauptsache es gibt überhaupt irgendwas gibt es doch oder? ja bei dem Stein wo ich gerade war nicht da hinten ist Essen ist natürlich jetzt gerade auch wieder wahnsinnig spannend weil man hier einfach nur die ganze Zeit rumhackt aber ist egal muss ja auch sein gehört ja zum Spiel dazu von daher dubidu high quality cool ich krieg nur high quality und Kohle und natürlich die guten alten Flints ich krieg low und medium und steine und flints jetzt rennt das Vieh schon wieder weg hier so ein Mist na kacke alle weg super ich bin halt nicht der geborene Jäger muss ich halt akkipieren ist akkipieren kennste akkipieren äh flints brauchen wir nicht oder brauchen wir flints ich glaub erstmal nicht oder das Problem ist mit meinem riesigen Rucksack kann ich jetzt die Ewigkeiten hacken bis ich mal voll bin oh der Stein ist leer sehr gut dann geh ich mal wieder zurück weil da drüben lagen ja noch jede Menge Sachen rum ich weiß jetzt nur nicht mehr welcher das war der war's schon mal nicht das weiß ich das krieg ich wohl noch grade eben hin außerdem ist der auch schon leer gearbeitet wie hoch konzentriert die Damen am Hacken sein müssen sodass sie nicht mehr reden können jo mit dir redet halt nicht jeder gerne ja vor allen Dingen du nicht alte Zimtzicke ich weiß ich glaub ich nenn ich ab jetzt nur noch Zimti wie glaub ich dich dann nenn Arschi wäre ne Option es ist super das Ding kam gestern auf dem Junggesellenabschied einer auf uns zu als hieß sich erstmal dort zu sammeln hi ich bin Dennis hi Asher angenehm musste ich gerade tatsächlich auch dran denken hat ich hätte mich auch gewundert wenn nicht ja natürlich das ist ja so der Zeitraum gewesen wo ich mich noch an was erinnern kann und da war ich ja auch noch dabei danach ging es bergab als ich gefahren bin da gab es dann ja auch Bier und es ging ja auch wieder bergauf als ich wieder ankam um abzuräumen ja zum Glück haben wir das bald alles hinter uns ja zum Glück haben wir das bald alles hinter uns ey ein Hammer ist kaputt ja 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 naja spielte ja keinen Keks sooo dann kommt der Papa mal nach Hause ne der hätte mich auch ein bisschen was gefunden ja ja 10 low 3 mit und 4 high das ist okay und ich geh da noch mal ein paar an voll boah warum ist es da schon wieder ein Skelett und ein Wolf ne ist kein Wolf es wird da mhm sooo Kohle habe ich vor allem 4 gekriegt das ist schön die brauche ich nämlich dann gleich für die Rüstung uhaha welche wollte ich eigentlich noch mal bauen waren das die Seventons? ja genau 10 high quality 8 cloth shreds 2 leather hide 5 strong sinif und 8 ach du heiliger ähm high quality nehm ich mal ganz kurz eben schnell raus sooo dann ein Stack äh ne 8 Stück waren das glaube ich hab ich gesagt ne ach egal ne ich jetzt mal alles raus der Rest kann die immer noch wieder rein stopfen ähm hmhm ich finde die Stackgrößen die wirken irgendwie so ein bisschen wie random Ja tsch und die Sinnes ach jetzt komm ich auch wieder in die Kiste dran dat ist ja schön hör mal da krieg ich ja meinen Scheiß hier ausgeräumt Pling wieso komm ich denn jetzt schon wieder in die Kiste ich versteh das nicht random Ja, irgendwie schon. No-Icon. Das ist natürlich sehr schön, diese No-Icon-Bandagen. Ich benutze mal einfach eine. Wieso haben die das ja noch nicht gefixt, sag mal? Damit du was zu meckern hast. Nein, diese Bandagen bewirken tatsächlich nichts. Ich verbrauche die mal irgendwann schnell. So, und ich sehe gerade, wir haben schon wieder anderthalb Minuten überzogen. Ich frecher Wicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge übermorgen wieder. Bis dahin, alles Gute euch. Und ich vergesse, wenn es gefallen hat, würde ich mich nach oben da lassen. Bis dann, ciao.